Im Weimarer Vitumspalais herrscht Regis Treiben. Eine Woche Chicharone Plus neigt sich ihrem Ende zu. Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Indien schlüpfen in Rollen der höfischen Kultur zu Zeiten Herzogin Anna Amalias. Während der Abschlusspräsentation spielen die Schüler einzelner Szenen aus historischer Zeit. Im Rahmen der Kooperation der Salzmannschule Schnempfental mit Schülern aus Indien wird Kultur auf drei Ebenen vermittelt. Die höfische Kultur, die deutsche Gegenwart und die indische Kultur prallen dabei aufeinander. Der fünftägige Kurs Chicharone Plus wird alternativ zum Grundkurs Chicharone angeboten und eignet sich für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse aller Schularten. Inhaltlich konzentriert er sich auf Herzogin Anna Amalias und die ersten Jahre der Weimarer Klassik. Die Teilnehmenden entwickeln innerhalb der fünf Tage eine eigene Kurzpräsentation an originalen Schauplätzen. Neben den klassischen Führungen wird der Schwerpunkt auf den Kompetenzerwerb gelegt. Theaterpädagogische Übungen gehören ebenso zum Programm wie kunstpraktische und museumspädagogische Einheiten. Die abschließende Gruppenpräsentation bildet den Höhepunkt des Programms. Untertitelung des ZDFs Untertitelung des ZDF, 2020